Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin und Mentorin für innere Stärke und ich freue mich, dass du dich auch heute wieder dazu entschlossen hast, eine Folge von mir zu hören, um dir ein paar gute Gedanken einzufangen. In der letzten Woche gab es hier keinen Podcast, weil es uns hier alle sehr erwischt hat. Wir waren alle sehr krank und erkältet und man hört es, glaube ich, immer noch ein bisschen und letzte Woche wäre einfach gar nichts gegangen. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die schon vier, fünf, sechs Podcasts in Folge im Vorhinein aufnehmen und die nach und nach senden, sondern ja, für mich kommt es jede Woche neu, ein frisches Thema, was ich denke, was ihr gerade brauchen könnt und ja, deshalb habe ich hier nichts auf Halde liegen für solche Fälle, wenn ich vielleicht krank bin. Deshalb bitte ich um Verzeihung und auch heute erscheint er etwas später, aber nichtsdestotrotz, ihr bekommt diese Woche ein. Und zwar möchte ich heute in diesem Podcast einmal auf einen Post eingehen, den ich selber vor einigen Tagen, ein, zwei Wochen auf Instagram und auch in Facebook gepostet habe und ja, der zu sehr viel Resonanz und ja, zu sehr viel Einsicht vielleicht bei dem einen oder anderen auch geführt hat. Und er ist nicht so ganz leicht, weil wir uns häufig mit unseren Schattenseiten, mit unseren düsteren Anteilen, auch mit unserer Fehlbarkeit oder mit unseren Mustern beschäftigen können. Und zwar geht es in dem Post darum, dass es manchmal hart ist, seinen eigenen Anteil zu erkennen, aber dass es immer unerlässlich ist. Als ich nämlich nach meiner ersten narzisstischen Beziehung wieder auf einen toxischen Partner gestoßen bin und ich ja von der ersten Beziehung bis zur zweiten Beziehung quasi immer schlechter behandelt worden bin, ich mir habe immer mehr gefallen lassen und ausgehalten habe, kam irgendwann schon auch so ein Punkt in mir, wo ich mich fragte, hallo, warum passiert mir das eigentlich immer wieder? Warum gerate ich immer an narzisstische Menschen? Wieso finde ich mich immer wieder in toxischen Beziehungen wieder? Und ja, anstelle das mal bei mir zu hinterfragen, habe ich zunächst ständig nur herum lamentiert und mich beklagt darüber, wie mies ich von der Menschheit, insbesondere von der Männerwelt behandelt werde. Ich habe zunehmend gedacht, dass alle Männer scheiße sind, auf Deutsch gesagt, dass alle Männer irgendwie schlecht sind, dass man bei Beziehungen sich immer unterordnen muss, sich anpassen muss, sich aufgeben muss, dem anderen es recht machen muss, dass zu einer Beziehung immer Streitereien und Konflikte und Kompromisse dazugehören und ja, ich dann zunehmend davon ausgegangen bin, dass so etwas normal ist und anstatt dieses aber mal zu hinterfragen, habe ich immer wieder aufs Neue jeden Tag gemeckert, mich beschwert, ich habe immer mehr gelitten und ja, hatte einfach nichts Besseres, den lieben langen Tag zu tun, als mir Menschen zu suchen, bei denen ich mich ausheulen konnte, bei denen ich rumjammern konnte, bei denen ich mich ja irgendwie auf Verständnis gehofft habe und ich habe mich immer nur beschwert, beklagt, betrauert und herumgejammert und das hat auf Dauer mir natürlich überhaupt nicht gut getan, weil es hat mich auch überhaupt nicht weitergebracht. Du kannst dir vorstellen, sich immer nur zu bejammern und herumzumeckern, aber nicht wirklich was zu ändern, bringt auf Dauer natürlich überhaupt rein gar nichts. Die Freunde und Familienmitglieder verliert man nach und nach, weil sie einfach sagen, sie hat doch alles bewusst, sie weiß, dass dieser Mensch ihr nicht gut tut und trotzdem bleibt sie bei ihm und das führt natürlich dazu, dass man ja mit der Zeit immer isolierter und immer alleine, immer mehr alleine vor diesen Schwierigkeiten steht und ja somit die Trauer und das eigene Opferdasein noch mehr bedient wird und noch mehr quasi, ja, ich mich immer wieder darin gefunden habe, dass ich doch ein armer Tropf bin, dass das Schicksal ist so schwer mit mir meint, dass das Leben nicht gerecht zu mir ist, dass ich immer nur das Schlechte bekomme und irgendwie nicht das Gute. Doch eines Tages erkannte ich ja, dass ich zu all diesen Dingen, die in meinem Leben passieren, zu den Abwertungen, den Beleidigungen, den Manipulationen, dem Betrügen und dem Hintergehen jeden Tag auf das Neue Ja sage, weil ich diejenige bin, die das immer wieder zugelassen hat. Dass ich diejenige war, die immer wieder solche Menschen in mein Leben gelassen hat. Diejenige, die sich immer toxische Partner ausgesucht hat. Ich war eben nicht imstande, gut für mich zu sorgen, sondern ich ließ toxische Beziehungen und toxische Menschen zu. Das bedeutet doch, dass ich auch einen Anteil darin trage, dass ich eben diese Menschen in mein Leben lasse. Ich habe mich dann häufig oft gefragt, warum ist das so? Warum versuche ich immer, es den Menschen, denen ich es nie recht machen kann, recht machen zu wollen? Warum ist es so, dass die Menschen, die mich immer wieder abwerten, mich erhöhen sollen, obwohl ich weiß, dass sie das nie tun? Warum lasse ich Menschen, die mir immer wieder die Schuld vorwerfen und mich für alles verantwortlich machen, so in meinem Leben, dass ich hoffe, dass sie sehen, dass ich Verantwortung übernehme, dass ich in ihren Augen gut und richtig bin, dass ich mich so anpasse und unterordne, wie sie sich das wünschen. Nur, damit sie sagen, ich bin liebenswert und ich bin eine tolle Frau und ich bin wertvoll für sie. Viel zu spät habe ich verstanden, dass ich in diesem krankmachenden Umfeld nicht gesunden kann. Ich kann nicht mich besser fühlen, wenn ich tagtäglich giftige Behandlungsweisen, Nachrichten und Bemerkungen immer wieder in mir aufnehmen muss. Vielleicht gehörst du auch zu denen, die sich gerade zunehmend darüber beklagen, was für einen schrecklichen Menschen, Partner, Mann sie doch geraten sind, wie unglücklich sie in ihrer Beziehung sind und ihr euch einfach nicht richtig geliebt fühlt. Wenn das so ist, dann möchte ich dich heute wachrütteln mit meiner kleinen Geschichte und dich fragen, was ist dein Anteil daran? Warum sind solche Menschen attraktiv für dich? Was möchtest du in deinem Leben geheilt bekommen oder lernen oder sehen, dass du diese Menschen brauchst? Es ist sehr, sehr schwer zuzugeben, dass man vielleicht an diesen schrecklichen Situationen immer wieder mitverantwortlich für ist, dass man die quasi sogar selber gestaltet. Aber Hand aufs Herz, diese Erkenntnis gibt dir auch sehr, sehr viel Macht zurück. Denn wenn du verstanden hast, was dein eigener Anteil an diesen destruktiven oder emotional abhängigen Beziehungen ist, dann hast du verstanden, dass du es in der Hand hast, dass du es ändern kannst und dass du eben in der Lage bist, aus diesem System, aus diesem krankmachenden System, aus dieser toxischen Beziehung kannst du nämlich aussteigen. Jeder, der schon mal in einer narzisstischen Beziehung war, weiß, dass man nicht von heute auf morgen aussteigt und dass das absolut nicht leicht ist. Alles, was man dafür braucht, ist erstmal eine innere Überzeugung, dass man wirklich gehen will, eine innere Stärke, dass man an sich selber wieder glauben lernt, dass man sich selber vertraut. Doch viel zu oft wurden wir schon so manipuliert, dass wir uns selber gar nichts mehr zutrauen, dass wir nicht an uns glauben, dass wir denken, wir schaffen die Trennung nicht, ohne daran zu zerbrechen, ohne die Einsamkeit aushalten zu müssen. Das ist etwas, was viele, viele abschreckt. Deshalb ist der erste Schritt, wenn du sagst, mir reicht es, Ich schaue mir das jetzt genau an, face to face gucke ich mir ins Gesicht und schaue, was ist mein eigener Anteil daran, dass es mir schon seit Jahren nicht gut geht. Ich höre auf, mich darin zu suhlen und zu baden und allen Leuten zu sagen, ich bin, schaut mal her, mir geht es so schlecht, ich bin so arm dran. Ich bin vielleicht schon seit drei, vier, fünf Jahren getrennt und trotzdem finde ich nicht heraus. Oder ich bin seit drei, vier, fünf, zehn Jahren mit einem Narzissten zusammen, leide jeden Tag, übelst, aber ich finde nicht raus. Es gibt immer einen Weg raus. Und dieser Weg beginnt mit einer Entscheidung, mit deiner Entscheidung. Und wenn du dann soweit bist, dass du willst und dich zu dir bekennen willst und besser für dich sorgen willst, dann fange an, dich innerlich zu stärken. Dafür habe ich in den nächsten 24 Tagen einen Adventskalender für dich geschaffen. Diesen Adventskalender für innere Stärke bekommst du auf meinem YouTube-Kanal. Ich verlinke den nochmal in den Shownotes. Und hier kannst du erstmal an Selbstvertrauen gewinnen. Du kannst genauer und bewusster schauen, wie du selber mit dir umgehst, was du dir selber erzählst, wie du mehr Kraft bekommst, wie du dich besser verstehen lernst. Und ich wette mit dir, wenn du diese 24 Tage jeden Tag gehört hast und die Übungen, die ich dir bei dem einen oder anderen Tag mitgebe, gemacht hast, wirst du sehen, dass du in der Lage bist und die Macht hast, dein Leben zu verändern, es auf ein neues Level zu bringen, das dich stärkt und das dir Kraft gibt. Und dann bist du im neuen Jahr in der Lage zu sagen, so und jetzt bin ich stark genug und jetzt will ich ein neues Leben und jetzt will ich ein glückliches 2021 und ich werde alles dafür tun. Und wenn du Lust hast, das gemeinsam in einer Gruppe zu machen, dich zu trennen oder diese ganze Negativität, die gerade noch in deinem Leben ist, zusammen mit mehreren Betroffenen loszulassen, dann melde dich doch für mein Gruppenprogramm vom Release-Programm an, mein Online-Kurs. Du bekommst ihn über drei Monate. Alle Tipps und Tools zum Thema Trennung, ganzheitlich mit Meditationen, mit selbstreflektierenden Fragen, aber wir machen das zusammen in einer Gruppe. Und dort haben wir jede Woche einen Zoom-Call, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo ihr euch gegenseitig tragen könnt, wo ich euch auch weiterhin coache. Und wenn wir gemeinsam durch diese schwere Zeit gehen, dann werdet ihr auch sicherlich noch von den anderen getragen und immer wieder motiviert, gerade wenn man dann vielleicht mal schwach wird oder Angst hat, rückfällig zu werden. Komme da in meine Gruppe, schau gerne auf meine Homepage www.katjademing.com und melde dich für das B-Paket an, das Gruppenpaket. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in ein gestärktes und in ein selbstbestimmtes und selbstkreiertes 2021 gehen können, um dort wirklich es so gut wie möglich zu beginnen, damit du zunehmend lernst, für dich zu sorgen, die destruktiven Menschen loszulassen, aus der Toxizität auszusteigen und ja, dein Herz wieder für dich eröffnest und eben auch für Menschen, die dich wirklich lieben und es gut mit dir meinen. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du dich auch dazu anmeldest und ja, solltest du Fragen zum Programm haben oder zum Adventskalender oder oder, schreib mir gerne eine Mail an info at katjademing.com und ansonsten freue ich mich wahnsinnig, wenn wir uns bei dem Gruppenprogramm sehen oder eben, ja, wenn ich sehe, dass du den Kanal auf YouTube abonniert hast, bei dem du tatsächlich im Adventskalender auch zwei, drei kleine Gewinne abräumen kannst, weil ich an drei oder vier Tagen, ich weiß gar nicht, ein Losverfahren mit kleinen Geschenken organisiert habe, wo du unter anderem auch ein kurzes Coaching mit mir gewinnen kannst oder ja, die Mitgliedschaft zum Release Room oder oder. Schau einfach rein und sei dabei, ich habe das alles für dich konzipiert, weil ich mir wünsche, dass 2021 für dich frei von Toxizität ist und frei von Menschen, die dir nicht gut tun und 2021 soll einfach ein Jahr sein, wo du für dich sorgst, wo du dir begegnest, wo du dich kennenlernst und wo du in deiner Liebe zu dir selber handeln lernst. In diesem Sinne freue ich mich, dass, wenn du dabei bist und ja, lass es dir gut gehen bis dahin, bleib bitte gesund, sorge gut für dich und bis bald, deine Katja. und bis bald, deine Katja. Vielen Dank.